Vom Bergmann in die High Society, ob es jeder schaffen kann? Ja! Die Kohle liegt auf der Straße, du musst nur ein bisschen deinen Arsch bewegen und was tun. Und dann gehst du hin und dann setzt du dich da hin. Sagen Sie mal, ich bin obdachlos, was habe ich für Möglichkeiten, um verdammt nochmal von der Straße zu kommen? Und der, ich bin ja so, der Arme, der Arme sollte aufhören. Kriegst du auf die Fresse, musst du lernen auszuteilen. Ich will einfach nur zeigen, hey, beweg deinen Arsch, jeder Tag ist ein neuer Tag für Veränderungen. Only you can win the game.